Vielleicht ein paar Worte zu mir, es klang ja eben schon an. Ich habe 2008 am Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut das Themenfeld Erwerbstätigkeit und Familie gegründet, aufgebaut. Seitdem wächst es und gedeiht es, wird immer größer, weil es einfach ganz viel Forschungsbedarf zu diesen Themen gibt. Meine Motivation war, dass ich damals in meiner Dissertation das Ziel hatte, Frauen aufzuzeigen, was es kostet, wenn sie für eine bestimmte Zeit aus dem Erwerbsleben aussteigen, was es kostet an Einkommensverlusten. Das war mein Sendungsbedürfnis sozusagen und das hat sich eigentlich bis heute gehalten, weil ich der Überzeugung bin, dass Frauen wissen müssen, worum es geht. Sie müssen informierte Entscheidungen treffen. Wenn sie dann letztlich sich entscheiden für eine Teilzeitbeschäftigung oder auch für einen Minijob, für eine begrenzte Zeit, dann ist das kein Problem, solange sie informiert sind über die Konsequenzen, die das für ihren weiteren Lebensverlauf hat. Und ein bisschen mehr Information wollte ich durch diese Forschung gerne in die Debatte hineinbringen. Im Laufe der Zeit haben sich dann viele weitere Themen darum garniert und deshalb kann ich es Ihnen jetzt leider nicht ersparen, Ihnen eine Menge Zahlen und Fakten zu präsentieren. Fangen wir an mit der Geschlechterdifferenz in den erwerbstätigen Quoten, die man hier als Einstieg mal im Vergleich mit anderen Ländern sieht. Ich finde das immer sehr hilfreich zu schauen, wo steht Deutschland eigentlich international? Es geht hier also, Deutschland ist das zweite Land von links, DE abgekürzt, darum, um wie viel häufiger arbeiten Väter als Mütter mit Kindern, also im Haushalt und zwar nach dem Alter der Kinder gestaffelt. Es gibt hier jeweils drei Säulen, wie Sie sehen. Einmal Väter und Mütter, die Kinder unter sechs Jahren haben, also Vorschulkinder. Dann Väter und Mütter, die Kinder im Grundschulalter haben, sechs bis elf Jahre alt. Und dann ganz rechts immer der Balken, das sind die Kinder, die schon im Teenageralter sind oder sogar schon erwachsen, also zwischen zwölf und 24 Jahre alt. Was hier abgetragen ist, ist die Differenz in erwerbstätigen Quoten, also in Prozentpunkten. Wie muss man das lesen? Wenn man also bei Deutschland mal den dunkelblauen Balken sich nimmt, dann sieht man da was über 30 Prozentpunkte. Das heißt also, wenn Männer etwa 90 Prozent erwerbstätigen Quote haben, also 90 Prozent der Väter hier sind erwerbstätig, dann sind das für die Mütter nur 60 Prozent. Dazwischen sind diese 30 Prozentpunkte, die Sie hier sehen. Wenn Sie dann schauen, wenn die Kinder älter werden, geht der Unterschied zwischen Vätern und Müttern zurück. Der Abstand wird kleiner. Das würde man auch erwarten. Ich habe hier mal die Linie eingezogen für die 6- bis 11-Jährigen. Da sehen Sie, liegt der Abstand in den erwerbstätigen Quoten in Deutschland immer noch bei über 15 Prozentpunkte. Und wenn Sie mal die anderen Länder sich anschauen, und dazu soll die Linie ein bisschen dienen, sich zu orientieren, dann sehen Sie, dass wir da ungefähr auf einem Niveau mit Polen liegen, PL, Viertes Land von rechts, und dass nur Italien und auch noch das Vereinigte Königreich hier größere Diskrepanzen zwischen Vätern und Müttern haben. Viele andere Länder, Dänemark, skandinavischen Länder allgemein, aber auch Frankreich, sehen Sie hier, hat da in dem Alter, Grundschulalter der Kinder, schon eine geringere Diskrepanz zwischen Vätern und Müttern in der Erwerbstätigkeit. Und besonders deutlich wird die Position Deutschlands, die Situation Deutschlands, wenn Sie sich anschauen, wie es sich für Kinder im Alter von 12 bis 24 Jahren verhält. Das ist die untere Linie, die Ihnen zeigen soll, wie wir da international dastehen. Da liegt der Unterschied ja immer noch über 10 Prozentpunkten in Deutschland. Und da hat sich dann inzwischen nur noch das Vereinigte Königreich und Italien auf diesem Niveau gehalten. In Italien weiterhin deutlich rüber, aber sogar in Polen ist die Differenz zwischen dem Erwerbsverhalten von Vätern und Müttern mit so alten Kindern schon deutlich geringer, als es in Deutschland der Fall ist. Langer Rede, kurzer Sinn, was man hier sieht, ist, dass Mütter tatsächlich, auch wenn die Kinder groß sind, immer noch sehr zurückhaltend sind, was Erwerbstätigkeit angeht. Und dass das auch im internationalen Vergleich sehr schön sichtbar ist, dass wir hier eben nicht, sobald die Kinder in der Schule sind, wieder am Arbeitsmarkt vertreten sind, sondern dass es noch eine nennenswerte Zahl von Frauen gibt, die das selbst mit erwachsenen Kindern noch nicht tun. Dass Teilzeit eine wichtige Rolle beim Wiedereinstieg spielt, nach der Erwerbspause klang ja eben schon an. Auch dazu gibt es Zahlen hier vom IAB Zahlen, die zeigen, wie viel Prozent der Neueinstellungen 2012 in Teilzeit aus der Nichterwerbstätigkeit, also aus der stillen Reserve kommen. Das sind tatsächlich 14 Prozent. Also 14 Prozent der Teilzeitkräfte 2012 kamen aus der stillen Reserve. Sie sehen, dass das bei Vollzeit auf dem rechten Balken gerade mal zwei Prozent sind. Da sieht man also ganz klar, dass Teilzeit tatsächlich so eine Art Scharnierfunktion für den Wiedereinstieg hat. Wenn ich eben sagte, viele Frauen sind, auch wenn die Kinder größer werden, noch nicht erwerbstätig, dann hat das noch einen zweiten Aspekt. Wenn sie erwerbstätig sind, sind sie sehr lange in Deutschland in Teilzeit. Der Rückwechsel auf Vollzeit findet nicht oder sehr spät statt. Und das zeigt Ihnen diese Grafik hier. Sie haben da wieder die Ländersortierung. Ein paar andere, glaube ich, noch dabei. Aber auf jeden Fall steht Deutschland auch als Land das zweite von links da. Und wir haben die gleiche Altersabgrenzung der Kinder, wie wir sie eben schon hatten. Wie ist diese Folie zu lesen? Wenn Sie sich den roten Kringel mal anschauen, das steht ja 57 Prozent. Das heißt, 57 Prozent der beschäftigten Frauen arbeiten in Teilzeit, wenn die Kinder zwischen 12 und 24 Jahren alt sind. Also immer noch die Hälfte der beschäftigten Frauen arbeitet Teilzeit, auch wenn die Kinder schon so groß sind. Und Sie sehen, dass auch hier die Niederlande uns noch toppen, wobei man bei den Niederlanden auch sagen muss, das ist das Teilzeitland, da arbeiten auch viele Männer Teilzeit. Da hat Teilzeit generell einen anderen Stellenwert. Aber ansonsten sind wir da schon ziemlich weit oben. Diese Teilzeitneigung bei Frauen ist schon ziemlich ausgeprägt in Deutschland. Selbst in Österreich, hier abgekürzt als AT, als fünftes Land von rechts, da sehen wir, gibt es in diesem Alter der Kinder von 12 bis 24 Jahren eine Teilzeitquote von 46,7 Prozent. Also deutlich zehn Prozentpunkte ungefähr unter dem deutschen Niveau. In Teilzeit wird selten geführt. Hier habe ich Ihnen mal mitgebracht die Wochenstundenzahl der Führungskräfte in der Privatwirtschaft in Deutschland. Da steht sechs Kategorien, Sie sehen nur fünf. Unten drunter kleingedruckt steht, für unter 20 Stunden gab es zu wenig Beobachtung. Wenn Sie da anschauen, das ist differenziert nach Männern und Frauen, dann finden Sie weibliche Führungskräfte, die 20 bis 35 Stunden die Woche arbeiten, gerade mal im Umfang von 14 Prozent. Die meisten, 38 Prozent, arbeiten zwischen 41 und 50 Stunden. Ein Viertel arbeitet tatsächlich auch zwischen 35 und 41 Stunden. Aber Sie sehen, die geringeren Wochenarbeitszeiten spielen hier eine entsprechend geringe Rolle. Und Männer tauchen in dieser Kategorie 20 bis 35 Stunden gar nicht auf. Genauso wenig wie Frauen ganz rechts bei den über 60 Stunden Wochenarbeitszeit auftauchen. Auch Weiterbildung findet in Teilzeit seltener statt als in Vollzeit. Es wird weniger geführt und es wird auch weniger sich weitergebildet. Auch dazu gibt es Zahlen hier aus dem Adult Education Survey, AES, den ich hier nur mal mit ein paar Zahlen bringe. Auch ein ganz umfangreiches Werk. Hier geht es um die Teilnahmequoten an betrieblicher Weiterbildung. Da kann man sich natürlich alles Mögliche an Weiterbildung auch privat motiviert und so weiter anschauen. Die betriebliche ist aber sicherlich entscheidend für die Entgeltentwicklung auch. Und da sehen wir, dass es schon deutliche Unterschiede zwischen Vollzeitkräften und Teilzeitkräften gab. 47 Prozent der Vollzeitkräfte in Westdeutschland waren 2012 in der betrieblichen Weiterbildung, haben an einer solchen Maßnahme teilgenommen. Aber nur 39 Prozent der Teilzeitkräfte. Und in Ostdeutschland ist diese Diskrepanz zwischen Vollzeit und Teilzeit sogar noch ausgeprägter. Wir reden hier nicht nur über Teilzeit, sondern wir reden ganz speziell natürlich auch über Minijobs. Bei Teilzeit, wenn sie sozialversicherungspflichtig ist, haben wir ja zumindest noch eine gewisse Altersvorsorge. Bei Minijobs haben sie das gar nicht. Ich habe Ihnen hier ein paar Zahlen mitgebracht, die natürlich auch aus den umfassenden statistischen Zahlen, die es zu Minijobs gibt, nur einen ganz kleinen Ausschnitt zeigt. Hier sollen Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie viele Menschen arbeiten überhaupt in geringfügiger Beschäftigung und wie hat sich das entwickelt hier über den Zeitraum 2004 bis 2011. Das sind Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, Statistik der Bundesagentur für Arbeit, dem nach 2011 7,4 Millionen Menschen in geringfügiger Beschäftigung waren. Sie sehen, dass die Minijobs als Nebenerwerb, das ist immer der hellere Blauteil der Säulen, etwas stärker über die Zeit angestiegen ist, als die Minijobs, die im Haupterwerb ausgeführt werden. Absolut betrachtet machen die Minijobs im Haupterwerb aber den größeren Anteil aus. Also die meisten Menschen, fast 5 Millionen, üben den Minijob als Haupterwerbsquelle aus und nur 2,5 kommen 2011 dazu, die das im Nebenjob tun. Die Zahlen, die Kurven, die in den Säulen sich noch verbergen, sollen Sie hier nicht verwirren. Das sind zwei verschiedene Statistiken. Die Zahlen des IAB-Betriebspanels noch darstellen, da gibt es eine ganz klare Diskrepanz. Nach dem IAB-Betriebspanel waren es 2011 nur 4 Millionen Menschen, die in Minijobs sind. Das kontrastiert natürlich mit den 7,4 Millionen, die ich eben nannte, auf Basis der Statistik der Bundesagentur. Das hat einfach damit zu tun, dass das IAB-Betriebspanel nur die Betriebe zählt, in denen mindestens ein sozialversicherungspflichtig Beschäftigter statt, also beschäftigt ist. Ja, nur die. Und Sie können sehen, was für einen Unterschied das macht, wenn man eben auf diese zwei Arten zählt. Dazwischen liegen 3,4 Millionen Menschen, die in Betrieben arbeiten, die ausschließlich Minijobber beschäftigen. Minijobs sind in Westdeutschland stärker präsent als in Ostdeutschland. In Westdeutschland war der Beschäftigtenanteil 2011 12 Prozent. In Ostdeutschland waren es nur 7 Prozent. Aber auch unter diesen relativ geringen Prozentzahlen verbirgt sich natürlich eine stattliche Zahl von Menschen. Wir wissen weiterhin, dass die Minijobs sich sehr stark auf Branchen konzentrieren. Fast 60 Prozent konzentrieren sich auf diese vier Branchen, die ich hier aufgeschrieben habe. Wirtschaftliche, wissenschaftliche und freiberufliche Dienstleistungen, der Einzelhandel, das Gastgewerbe und die Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen. Was ist interessant an diesen Minijobs? Ja, das wissen wir alle. Sozialabgaben und Steuerfreiheit. Das ist insbesondere attraktiv natürlich für Ehepartnerinnen, die also verheiratet sind und von einem günstigen oder der Partner von einem günstigen Tarif nach dem Ehegattensplitting, einem günstigen Grenzsteuersatz profitiert, der verloren ginge, wenn die Ehefrau jetzt mehr als geringfügig hinzuverdienen würde. Das Ehegattensplitting ist ja so konzipiert, dass Paare am meisten gewinnen, wenn sie möglichst unterschiedlich verdienen und dazu, wenn sie sich dabei mit ihren Verdiensten auf einem hohen Niveau bewegen. Wenn also die Partnerin, meistens ist es ja die Frau, die zuverdient, mehr als eine bestimmte Summe verdient, dann wird die Steuerersparnis durch das Ehegattensplitting entsprechend geringer. Und da Frauen immer noch häufig im Paarzusammenhang denken und das auch als Maßgabe und als Richtschnur für ihr Handeln letztlich ansehen, was sie in Cash am Monatsende in der Haushaltskasse haben, ist es eben für viele einfach individuell betrachtet rational zu sagen, okay, dann mache ich eben den Minijob, der lässt unseren Grenzsteuersatz da, wo er ist. Wir profitieren vom Ehegattensplitting und ich verdiene ein bisschen dazu. Sie können es vielleicht schon raushören, dass es nicht meine Meinung ist, dass man so vorgehen sollte. Und ich habe mir, und da komme ich gleich zu, redlich Mühe gegeben zu zeigen, welche Gefahren das in Euro birgt, wenn man so vorgeht. Wenn man also in der Haushaltskasse denkt und nicht für sich selber als Frau, wenn man kurzfristig rechnet und nicht langfristig über den gesamten Lebensverlauf inklusive des Alters und wenn man in Netto statt in Brutto rechnet. Auch das ist ein Fehler, der dritte Fehler, der gemacht wird, dass man nicht darauf achtet, was kann ich denn verdienen, was ist mein Potenzial am Arbeitsmarkt? Was sind meine Einkommenserzielungsmöglichkeiten? Was könnte ich, wenn ich mich wirklich ganz reinwerfen würde, wenn ich wirklich mein Bestes gäbe, meine gesamte Zeit, die ich zur Verfügung habe, für meinen Job aufwenden würde? Was könnte ich denn verdienen? Und da muss ich aufpassen, dass ich da nicht verliere über die Zeit und dass mir da Familienpausen nicht zu sehr zusetzen. Stattdessen wird der Fehler gemacht, es wird das Netto angeguckt zwischen Brutto und Netto ist bekanntermaßen der Steuerkeil und der Sozialversicherungskeil. Und wir haben diverse Anreize und Fehlanreize in unserem System, die uns dazu verleiten, auf das Netto zu gucken. Und wir fühlen uns dadurch kurzfristig reicher, insbesondere wir Frauen. Wir sind es aber nicht. Wir sind vielleicht kurzfristig reicher, wir sind aber langfristig ärmer. Und das genau ist der Punkt, von dem aus ich irgendwann mal gestartet war und wo ich auch gleich noch hinkomme. Diese Minijobs haben, auch da ist sich die Wissenschaft nicht einig, aber es gibt ein paar Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, manchmal eine Brückenfunktion in regulärer Beschäftigung. Die bezieht sich aber auf Minijobs, wo die Leute vorher aus der Arbeitslosigkeit kommen. Für Wiedereinsteigerinnen sind mir solche Ergebnisse bisher nicht bekannt. Langfristig kann man auf jeden Fall sagen, hat man ein Problem mit der Absicherung. Wegen der Sozialabgabenfreiheit sammelt man natürlich auch keine Rentenpunkte an. Man betreibt keine Altersvorsorge. In der Regel wird es auch aus dem Cash nicht erwirtschaftet, den Frauen hinzuverdienen. Da geht meistens für die Kinderbetreuung drauf. So, was ist das Ergebnis? Wir haben auch hierzu umfangreiche Zahlen in Deutschland inzwischen vorhanden oder verfügbar. Das ist die Rentenlücke. Wir reden ja nicht nur über die Entgeltlücke zum Zeitpunkt oder in der Phase der Erwerbstätigkeit, sondern das Ergebnis dieser Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern ist nachher, und Sie sehen noch potenziert, die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern. Und wenn Sie sich hier anschauen, hier ist West- und Ostdeutschland getrennt, und außerdem sind Männer und Frauen mit und ohne Kinder verglichen. Sie sehen, dass die Rentenlücke in Westdeutschland fast 70 % erreicht, wenn Paare Kinder haben. 70 % in Ostdeutschland sind es nur 40 %. Da erreichen die Frauen also 60 % der durchschnittlichen Männerrente. Im Westen erreichen sie nur 30 % der durchschnittlichen Männerrente, wenn Kinder vorhanden sind. Ohne Kinder, klar, ist das Erwerbsverhalten ähnlicher zwischen Männern und Frauen. Das hatte ich Ihnen eben gesagt. Von daher ist es kein Wunder, dass auch die Rentenlücke sich auf einem geringeren Niveau befindet. Trotzdem gibt es auch hier den Unterschied zwischen West und Ost. Und auch das ist letztlich deckungsgleich mit all unseren Forschungsergebnissen, dass Frauen in Ostdeutschland sich anders verhalten am Arbeitsmarkt als Frauen in Westdeutschland. Grob gesagt kann man es so zusammenfassen. Sie sind den Männern im Osten ähnlicher. Sie unterbrechen seltener. Sie arbeiten mehr Vollzeit. Sie verhalten sich eher wie Männer am Arbeitsmarkt, als das die westdeutschen Frauen tun. Und das sieht man natürlich später auch in der Rentenlücke. Wir brauchen aber gar nicht bis zur Rente zu gucken. Wir sehen den Unterschied auch schon vorher, wie sich Männerlöhne und Frauenlöhne entwickeln. Das ist eine Grafik, die das Statistische Bundesamt im Zusammenhang mit den letzten Zahlen zur geschlechtsspezifischen Lohnlücke veröffentlicht hat. Wie ich finde, zeigt sie sehr anschaulich, wie Frauen stagnieren in der Lohnentwicklung in dem Moment, wo das erste Kind geboren wird. Hier ist diese orangefarbene senkrechte Linie eingezeichnet bei 29 Jahren. Das war, da haben wir einen Aufwärtstrend, was das Erstgeburtsalter angeht. Das war zu dem Zeitpunkt, als die Daten veröffentlicht wurden, das durchschnittliche Erstgeburtsalter von Frauen in Deutschland. Und Sie können sehen, dass bis dahin Männer und Frauen annähernd gleich verdient haben. Es gab auch da schon eine kleine Lücke, aber auseinander geht es erst danach. Sie sehen, wie bei den Frauen tut sich erst mal über Jahre überhaupt nichts. Hinten Richtung 60, 55, 60 geht es dann noch mal nach oben. In den letzten Erwerbsjahren, wir haben ja natürlich noch lange keine 67 Jahre Renteneintritt. Das wissen Sie, wir haben Anfang 60 gehen wir in der Regel in Rente. Oder auch 62, 63 ist so die Kante, wo Frauen und Männer durchschnittlich in Rente gehen. Von daher geht die Grafik hier nicht weiter nach rechts. Und Sie sehen, in den letzten Jahren, das ist auch bei den Männern so, steigt das Einkommen, steigt der Bruttostundenverdienst noch mal an. Aber davor passiert nichts. Und wenn Sie schauen, bei den Männern, bei denen passiert auch mal eine Weile nichts. Aber erst im späteren Verlauf, so 43, 44 bis 55, so in diesen zehn Jahren, hat man da auch eine relative Konstanz. Wie gesagt, das sind die durchschnittlichen Verdienste, die alle Männer und alle Frauen in einen Topf werfen. Die unbereinigte Entgeltlücke sozusagen. Aber worauf ich hinaus will, die Männer geben Gas zwischen 30 und 40 oder 43. In diesem Zeitfenster geben die Männer Gas, werden befördert, weil sie ja Vollzeit arbeiten, werden zur Führungskraft, bilden sich weiter und so weiter. Und all das zahlt sich aus im Verdienst. Und die Frauen steigen aus und kriegen Kinder. Oder aber steigen nicht aus, aber wechseln von Vollzeit auf Teilzeit. Mit den Ergebnissen, dass sie im Lohn stagnieren. Und so kommt die Schere zustande. Meine Frage war damals, die ich mir gestellt habe, muss man denn Frauen mit Männern vergleichen? Wenn man jetzt diesen Unterschied in der Lohnlücke berechnen will, reicht es nicht, erst mal Frauen mit Frauen zu vergleichen, die sich unterschiedlich verhalten? Und mal auszurechnen, was sind denn da schon die Unterschiede? Was ist der Faktor Biografie wert? Der Faktor Biografie, wenn man Frauen mit Frauen vergleicht, die letzte Komponente, die wir immer so schnell bei der Hand als Diskriminierung bezeichnen zwischen Frauen und Männern, die kommt dann noch zusätzlich dazu. Aber um ein scharfes Schwert zu haben, mit dem wir kämpfen können, habe ich mir gedacht, muss ich erst mal wissen, was unterscheidet den Frauen voneinander? Wie viel hiervon liegt einfach an der Biografie, an der unterschiedlichen Biografie? Und das sind dann auch die Anknüpfungspunkte für Politik, an denen Politik ansetzen kann und sagen kann, ja, da müssen wir eben daran genau was ändern. Wir können aus Männern keine Frauen machen, wollen wir auch nicht. Wir wollen auch aus Frauen keine Männer machen, sondern wir wollen berechnen, wie diese unterschiedliche Entwicklung, diese unterschiedlichen Löhne zustande kommen. Ich habe dann tatsächlich auf Basis des sozioökonomischen Panels Daten gesammelt und habe mir Frauen unterschiedlicher Bildungsgruppen angeschaut und habe unterschiedliche Einflussfaktoren auf deren Verdienste, die ich beobachten konnte in dieser Stichprobe, berechnet. Mittels Regressionsanalysen kann man das sehr schön machen, indem man dann herausfindet, wenn ansonsten alles gleich ist, was macht ein zusätzliches Jahr Vollzeit, was macht ein zusätzliches Jahr Teilzeit mit ihrem Lohn. Und habe dann auf Basis dieser Ergebnisse, dieser ganzen einzelnen Einflussfaktoren auf den Lohn simuliert. Das heißt, ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt verschiedene hypothetische Erwerbsverläufe mir bastel, ich nehme mal an, die steigt mit 28 aus oder die steigt mit 30 aus. Und dann unterscheide ich mal, sie bleibt drei Jahre draußen oder sechs Jahre draußen, unterschiedliche Verläufe. Sie arbeitet danach vielleicht ein bisschen Teilzeit oder sie lässt das, geht wieder in Vollzeit zurück. So habe ich ganz viele unterschiedliche Erwerbsverläufe gebildet und habe dann simuliert auf Basis der Daten, die ich vorher gewonnen hatte, wie sich dann ihr Lohn über die Zeit entwickelt. Und das ist das, was Sie hier sehen. Die obere Linie sagt Ihnen an, wie sich der Lohn entwickelt einer Frau, die im Alter von 28 Jahren eben nicht aussteigt, sondern die kontinuierlich weiter Vollzeit arbeitet. Das ist eine Akademikerin hier in dem Fall. Und kriegen Sie keinen Schreck bei den Lohnverlusten oder dem Bruttojahreslohn hier in Euro. Das sind Zahlen bezogen auf den Zeitraum 2000 und 2005. Zwischen liegen wir da natürlich etwas höher. Aber darum ging es nicht. Es ging um die Struktur, um die Verhältnisse zueinander. Also die obere Linie gibt an, die Akademikerin, die die ganze Zeit Vollzeit arbeitet, Sie sehen, die steigt kontinuierlich im Lohn an bis 45. Weiter konnte ich nicht rechnen, das hatte datentechnische Gründe. So und die untere Linie zeigt Ihnen an, was passiert, wenn Sie mit gleicher Bildung, also als Akademikerin mit 28 Jahren ein Kind bekommt. Nehmen wir ja an, sie ist auch mit 27 eingestiegen. Ende 28 steigt sie aus. Sie hat also zwei Jahre gearbeitet wie die andere Frau. Gleiche Lohnentwicklung. Aber dann geht es auseinander. Dann steigt sie erst mal aus, hat drei Jahre Auszeit. Nachgefolgt von einer dreijährigen Teilzeitphase in 20 Stunden die Woche. Und dann habe ich ambitioniert angenommen, nach diesen sechs Jahren, das habe ich Grundschulmuster genannt, dieses Muster, weil sie genau in dem Moment, wo das Kind in die Schule kommt, mit sechs Jahren, wieder in Vollzeit zurückkehrt. Das ist natürlich ein sehr ehrgeiziger Plan, insbesondere für Westdeutschland. Im Osten soll es das geben. Wenn sie dann wieder zurückgeht, in Vollzeit tatsächlich, nach diesen sechs Jahren, dann sind sie auf der unteren Kurve. Da ist sie also wieder in Vollzeit zurückgekehrt. Und was das Überraschende ist, und ich zeige Ihnen gleich noch die Zahlen dazu, wie hoch ihre Verluste selbst dann in der Phase bis 45 noch sind, wenn sie also schon wieder Vollzeit arbeitet. Woran liegt das? Ich sagte ja, ich habe Frauen mit Frauen verglichen. Ich habe also angeschaut, wie viel Lücke sie immer noch zu der Vollzeit beschäftigten, durchgängig beschäftigten Frau hat. Diese Akademikerin, die wegen ihres Kindes eine Zeit lang ausgestiegen ist. Und habe diese Kosten die Folgekosten genannt. Die sind eben massiv hoch, und Sie sehen, dass sich die Schere auch nicht wirklich schließt. Wenn man das extrapoliert noch nach weiter als 45, nach hinten raus, wird es auch nicht sehr viel besser. Das sind die Zahlen, die in meiner Wahrnehmung Frauen in der Regel nicht wahrnehmen, nicht sehen. Sie sehen den Verlust während der Auszeitphase. Das ist trivial. Natürlich weiß man, dass man kein Geld hat, wenn man nicht arbeitet. Sie können sie vielleicht auch noch zusammenrechnen, wenn sie Teilzeit arbeiten, dass sie dann auch weniger Geld haben. Auch kein großes Problem. Ja, aber das war es dann, denken die meisten. Dann mache ich da weiter, wo ich aufgehört habe. Dann gehe ich zurück. Und das hier ist noch die Annahme, dass sie auf denselben Job zurückkehrt. Also auch von daher nochmal unterstes Niveau der Verluste, die ich hier berechnet habe. Sehr optimistische Annahme. Sie geht auf den gleichen Job zurück. Selbst dann hat sie noch etliche Jahre, die sie einfach weniger verdient. Deutlich weniger als die Frau, die die Zeit genutzt hat, um beruflich aufzusteigen und entsprechende Lohnzuwächse mitzunehmen. Und vorab möchte ich gleich sagen, wenn Sie hier die Beträge in Euro sehen, das sind Wertschöpfungsverluste für die Unternehmen in gleicher Höhe. Das ist nicht nur für Frauen schlimm, was hier passiert, sondern wenn Unternehmen in diese Frauen investiert haben, dann wollen sie in der Regel ganz gerne, dass sich diese Investitionen hinterher auch amortisieren. Das, was Frauen entgeht an Bruttoeinkommen, und deswegen habe ich Brutto gerechnet, ist exakt eins zu eins das, was den Unternehmen an Wertschöpfung entgeht. Das sind natürlich wichtige Zahlen, auch im Zusammenhang mit demografischem Wandel und Fachkräfteknappheit. Sie sehen hier unterschiedliche, mal vier von ganz vielen verschiedenen Simulationen, die ich durchgerechnet habe, vier hypothetische Verläufe. Ganz links eine Frau, hier jetzt also insgesamt immer die Frau mittlerer Bildung mit einer abgeschlossenen Lehre, die im Alter von 30 ein Kind bekommt. Und ganz links bekommt sie im Alter von 30 ein Kind und steigt drei Jahre aus, beziehungsweise Quatsch, sie steigt gar nicht aus, sie arbeitet nur drei Jahre Teilzeit. Und dann geht sie voll wieder zurück. Wenn sie das macht, dann hat sie im Alter von 45 Jahren 82.825 Euro oder 826 Euro an Brutto-Lohnverlusten realisiert. Bestehend aus gut 33.000 Brutto-Lohnverlust während der Teilzeitphase und 50.000 fast Brutto-Lohnverlust als sogenannte Folgekosten. Die Schere, die ich Ihnen eben zeigte, verglichen mit der Frau mit Lehre, die eben nicht ausgestiegen ist, sondern die weitergearbeitet hat, kontinuierlich in Vollzeit. Rechts daneben sehen Sie eine Frau, auch mit mittlerer Bildung, die sechs Jahre pausiert hat von Vollzeit, aufgeteilt in drei Jahre Auszeit, ganz raus und anschließend drei Jahre Teilzeit, 20 Wochenstunden. Da kommen knapp 194.000 Euro Brutto-Lohnverlust allein bis 45 zustande. Die sich aufteilen in 80.000 gut Brutto-Lohnverlust während der Auszeit selbst, dann gut 40.000 Euro, die während der Teilzeitphase zustande kommen und der obere Teil, diese 72.806, 807 Euro, das sind wieder die Folgekosten, die sie realisiert bis 45, weil sie einfach eine Lücke hat im Verhältnis zur Frau, die nicht ausgestiegen ist, die Vollzeit weitergearbeitet hat. Und Sie sehen, wie hoch diese Folgekosten sind. Daneben rechts ist noch mal ein Verlauf, auch mit dreijähriger Unterbrechung der Vollzeit, hier aber aufgeteilt auf ein Jahr Auszeit und zwei Jahre Teilzeit. Sie sehen im Vergleich zu der Säule ganz links, dass auch ein Jahr Auszeit sich vor niederschlägt, in entsprechend höheren Verlusten insgesamt. Und als vierte Säule sehen Sie noch mal eine sechsjährige Unterbrechung von Vollzeit, aber anders aufgeteilt als vorher. Hier jetzt nur ein Jahr Auszeit und fünf Jahre Teilzeit. Und Sie sehen, dass die Verluste deutlich niedriger sind, als wenn ich halbe halbe mache, drei Jahre ganz rausgehe und drei Jahre Vollzeit. Das sind die Zahlen, von denen ich der Meinung war, das müssen Frauen wissen. Und wenn Sie sich vorstellen, aus verschiedenen Gründen, von denen ich jetzt einige angesprochen habe, sind diese Berechnungen noch geschönt. Es ist eine konservative Schätzung. Das ist der untere Rand der Verluste. Dann ahnen Sie vielleicht, wie tatsächlich Frauen dastehen, wenn sie sich so verhalten und wie sie im Alter dastehen. Und dann wundert es einen nicht mehr, dass Frauen im Alter arm sind, weil sie sich einfach nicht die Langfristfolgen ihrer Erwerbsentscheidungen, wenn sie Kinder bekommen, ausreichend verdeutlichen. Ich habe dann auf Stundenlohnebene noch mal berechnet, wie sich die Unterschiede darstellen und wollte damit einen Beitrag zum Gender Pay Gap leisten, der ja auch wieder Frauen mit Männern vergleicht. Und ich wollte gerne mal wissen, wenn man auch hier Frauen mit Frauen vergleicht, auf den Stundenlohn hingerechnet, wie viel macht der Faktor Biografie tatsächlich hier aus. Und Sie sehen für diese drei verschiedenen Bildungstypen, Frau ohne abgeschlossene Ausbildung, Frau mit Lehre, die Mittelqualifizierte und ganz unten wieder die Akademikerin, dass die Unterschiede im Stundenlohn mit 16 bis 20, 21 Prozent selbst unter Frauen schon in etwa das Niveau erreichen, von dem wir beim Gender Pay Gap sprechen. Damit will ich explizit nicht sagen, dass der Gender Pay Gap allein biografiebestimmt ist. Das ist er ganz sicherlich nicht. Man kann die Zahlen schon deshalb nicht direkt vergleichen, weil das hier die Ergebnisse von Simulationen sind, die wiederum auf Regressionsergebnissen basieren. Denn der Gender Pay Gap wird ganz anders gerechnet. Aber er bietet einen Anhaltspunkt dafür, wie wichtig der Faktor Biografie ist und wie wichtig es für Politik ist, genau an diesem Punkt anzusetzen. Und das ist der Sinn dieser Folie. Wir haben vor allem gefunden, dass viele andere Faktoren eine enorme Rolle spielen für den Entgeltunterschied, bei den westdeutschen Akademikerinnen zumindest. Das ist tatsächlich einmal biografisch bedingt. Frauen sind häufiger in kleiner Teilzeit beschäftigt und realisieren in dieser kleinen Teilzeit auch höhere Lohnstrafen als Männer. Wie gesagt, alles bezogen auf Akademikerinnen, Akademiker. Die Auszeit ist natürlich bei Frauen höher und Frauen realisieren auch eine höhere Lohnstrafe. Durch Auszeit werden also stärker im Einkommen abgestraft, wenn sie Auszeit realisieren. Sie haben weniger Erwerbserfahrung als Akademiker. Auch das hat einen Beitrag zur Lohnlücke. Und der Haushaltszusammenhang ist ganz wichtig. Und das ist ein großer Unterschied zu Ostdeutschland, wo ich schon sagte, Biografie spielt im Osten weniger eine Rolle. Das wissen wir schon. Kleine Teilzeit, Auszeit findet dort auch bei Frauen weniger statt. Aber der Haushaltszusammenhang, auch da unterscheiden sich Westdeutsche von ostdeutschen Akademikerinnen. In Westdeutschland ist es eben so, dass das Partnereinkommen und auch das Nichtlohneinkommen, also etwa das Vermögenseinkommen des Haushalts, durchaus zum Entgeltunterschied zwischen Akademikerinnen und Akademikern beiträgt. Bei Frauen ist es nämlich so, dass wenn das Partnereinkommen und das Vermögenseinkommen des Haushaltes hoch sind, das verbunden ist mit einem geringeren eigenen Einkommen von Frauen. Das hat einfach damit zu tun, dass Frauen die Erwerbstätigkeit eher als Option unter vielen betrachten. Das heißt, haben wir ansonsten schon viel Geld, verdient mein Partner viel oder haben wir andere Einkommensströme? Naja, dann muss ich mich ja nicht so anstrengen, um es mal salopp zu formulieren. Schon geht das eigene Einkommen runter. Bei Männern können wir das nicht beobachten. Das sind Punkte, Einflussfaktoren, die die Entgeltlücke nachweislich signifikant beeinflussen. Der Ehestatus, die unterschiedliche Häufigkeit und auch die unterschiedliche Bewertung im Entgelt, der Tatsache verheiratet zu sein oder auch ein Vorschulkind zu haben zwischen Männern und Frauen hat einen signifikanten Anteil an der geschlechtsspezifischen Lohnlücke zwischen Akademikerinnen. Und schließlich die Überqualifikation, die ich eben schon angesprochen habe. Wir haben auch untersucht, ob es Risikofaktoren gibt und welche auf Überqualifikationen. Auch da sehen wir einen Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland. Und das hier gilt jetzt für alle Bildungstypen, nicht nur für Akademikerinnen. Wir sehen im Westen, dass tatsächlich der Wiedereinstieg ein Risikofaktor für Überqualifikationen nach der Erwerbspause ist. Und wir haben diesen Faktor mit Bedacht so spezifiziert, dass es ein Wiedereinstieg nach einer familienbedingten Erwerbspause ist. Also hier geht es nicht um Arbeitslosigkeitsrückkehr, sondern es geht um die Erwerbspause im Zusammenhang mit einer Geburt. Und da ist der Wiedereinstieg signifikanterweise ein Faktor, der das Risiko, überqualifiziert zu sein, erhöht. Und dasselbe gilt für niedrige Teilzeit. Bei uns sind das 16 bis 25 Stunden die Woche. Und dasselbe gilt auch für Beschäftigungsverhältnisse bis zu 15 Stunden, die wir hier als geringfügige Beschäftigung bezeichnet haben. Hohe Teilzeit von 26 bis 34 Wochenstunden ist weder für West- noch für ostdeutsche Frauen ein Risiko. Und diese Faktoren, die Sie oben aufgelistet sehen, sind auch nur, wie gesagt, für westdeutsche Frauen. Ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Einkommen, mit Erwerbsverhalten von Frauen ist die Rolle des Partners. Wir haben einmal für acht Länder über 30 Jahre uns das Zeitverwendungsverhalten von Müttern und Vätern für ihre Kinder angeschaut. Und haben gesehen, dass die Zeit, die Väter mit ihren Kindern verbringen, über die letzten 30 Jahre sehr schön gestiegen ist. Für die Hausarbeit kann man das nicht unbedingt so sagen. Und wir haben uns hier mal im Querschnitt zur Jahrtausendwende ein paar Länder rausgenommen und geguckt, wie groß ist der Gender Gap in der Hausarbeitszeit pro Tag. Das heißt, wie viel mehr Minuten pro Tag verbringen Frauen mit Hausarbeit als Männer? Da sehen Sie Deutschland ganz rechts und der rote Kringel sagt Ihnen 65 Minuten. Verbringen Frauen im Durchschnitt mehr als Männer pro Tag mit Hausarbeit. Im internationalen Vergleich sind wir damit gar nicht mal so schlecht. Schweden ist besser, da ist der Unterschied geringer. Italien, meistens ist es Italien, das uns noch toppt in solcherlei Vergleichen. Aber auch die skandinavischen Länder schlagen gar nicht so prominent positiv zu Buche, wie man das eigentlich so erwarten würde. Und ganz wichtig hierbei noch, es geht hier um vollzeiterwerbstätige Mütter. Es geht nicht darum, dass Mütter mehr Zeit für Hausarbeit haben, weil sie nur Teilzeit beschäftigt oder gar nicht beschäftigt sind oder geringfügig beschäftigt, sondern es geht um den Vergleich von vollzeiterwerbstätigen Müttern und Vätern. Die Quelle dieser Daten ist die Zeitbudgeterhebung, von der wir ja dann demnächst oder 2015, glaube ich, erst die nächste Welle bekommen, auf die wir schon sehr warten und über die wir sehr froh sind, wenn wir sie haben, weil diese Zahlen, diese Statistiken ganz wichtig sind, um die Zeitverwendung zu beobachten und damit auch natürlich so ein bisschen abzulesen, wie die Rollenbilder von Männern und Frauen in Deutschland sind. Denn das hier hat natürlich ganz viel auch mit Rollenbildern zu tun. Ich weiß nicht, ob Ihnen das Stichwort Doing Gender was sagt. Es gibt Studien, die zeigen, dass Frauen, gerade wenn sie Vollzeit berufstätig sind, den Imageschaden, den sie ihrem Partner dadurch zufügen, dass sie genauso erfolgreich sind wie er und vielleicht sogar noch mehr verdienen, dadurch zu kompensieren versuchen, dass sie im Haushalt entsprechend aktiver sind. Dazu gibt es eine Menge Studien und es ist schon markant, wie groß diese Hausarbeitslücke pro Tag ist. Und da wird dann auch verständlich, warum Frauen sich selten in Führungspositionen trauen, weil sie eben einfach immer noch mehrfach belastet sind und zu Hause auch nicht entsprechend entlastet werden, wenn sie beruflich stärker einsteigen. Wir haben kürzlich eine Untersuchung veröffentlicht, in der wir gezeigt haben, dass in dem Zusammenhang mit der Zeitverwendung tatsächlich die Elternzeitregime recht wichtig sind, insbesondere vaterfreundliche Komponenten, das heißt hohe Lohnersatzrate während der Elternzeit und die exklusiven Vatermonate, sprich die Daddy Month, die Sie vielleicht kennen aus Skandinavien, die wir ja jetzt immerhin im Umfang von zwei Monaten auch in Deutschland haben mit dem Elterngeld, dass die in einem sehr positiven und sehr signifikanten Zusammenhang mit der Kinderbetreuungszeit von Vätern tatsächlich stehen. Das heißt, wir haben hier ein Instrument, von dem wir hoffen können, dass wenn es noch ein paar Jahre wirkt, wir noch ein bisschen geduldig sind, angesichts der hohen Inanspruchnahmerate von Vätern für diese Monate, dass es sich irgendwann hoffentlich so niederschlägt, dass nach Ende dieser Vatermonate nicht Schluss ist, sondern dass Väter sich dauerhaft mehr mit ihren Kindern beschäftigen, auch mal zu Hause bleiben, wenn sie krank werden und dadurch Frauen stärker den Rücken frei halten für eine umfangreichere Erwerbstätigkeit. Letzte Woche um diese Zeit, Montag, haben wir in der Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie vorgestellt, ich zusammen mit Miriam Bebelow von der Universität Hamburg, in der wir noch mal klargemacht haben, empirische Evidenz zusammengetragen haben zum Thema partnerschaftliche Aushandlungsprozesse. Wie wichtig es ist, wie Frauen im Haushalt, im Paarkontext dastehen, für ihre Rolle am Arbeitsmarkt und umgekehrt. Und dieses und umgekehrt, darum ging es uns vor allem, dass tatsächlich, wenn Paare versuchen, sich zu einigen über Fragen der Arbeitsteilung, der Einkommensverwendung, der Familienplanung, durchaus auch darum geht, wer hat denn die höhere Durchsetzungskraft. Und diese Durchsetzungskraft wird unter anderem auch nennenswert gespeist durch die Verdienstmöglichkeiten, durch die sogenannten außerpartnerschaftlichen Handlungsoptionen, wie wir das ganz nüchtern nennen, was aber unterm Strich nichts anderes heißt als, ja, ich habe eine hohe Durchsetzungskraft, ich habe eine hohe Verhandlungsposition, wenn ich auch außerhalb dieser Partnerschaft wirtschaftlich nicht so schlecht dastehe. Man kann in vielen Studien zeigen, die wir nicht erfunden haben, wir haben sie nur zusammengetragen, dass tatsächlich die geringe Arbeitsmarkteinbindung von Frauen im Zusammenhang mit ihren Verdienstmöglichkeiten und auch ihrer Beschäftigungsfähigkeit, dass diese Faktoren die Durchsetzungskraft von Frauen innerhalb der Partnerschaft schwächen können. Ich komme damit zum Fazit. Ich glaube, ich habe meine Redezeit auch schon etwas überschritten inzwischen. Ich habe mir zwar Mühe gegeben, aber Sie können gerne auch gleich noch Fragen stellen. Deswegen nur noch einmal ganz kurz ein Fazit. Teilzeit hat eine wichtige Scharnierfunktion für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir müssen aber darauf achten, dass es keine Sackgasse ist. Und das gilt natürlich insbesondere für die geringfügige Teilzeit, dass die nicht zu verdammen ist, dass wir sagen müssen, Frauen, ihr seid erwachsen, ihr könnt selbst entscheiden. Ihr sollt wissen, was euch das langfristig kostet. Wir wollen uns nicht hinstellen und sagen, das ist ein schlechtes Instrument, das wir per se verdammen, sondern wir wollen auf die Gefahren hinweisen und wir wollen, dass Frauen erkennen, dass das übergangsweise möglicherweise okay ist. Dass es aber keine Langfristperspektive hat, sondern dass es langfristig einfach schlecht für sie ist, gefährlich für sie ist, sich auf solche geringfügigen Tätigkeiten zu konzentrieren und in diesen zu verharren. Was können Unternehmen tun? Das Thema wurde vorhin auch schon angesprochen. Lage und Flexibilität der Arbeitszeiten ist natürlich ein ganz wichtiges Stichwort. Auch, und darauf weise ich auch immerhin, die der flexiblen Arbeitsorte. Es ist gerade für Mütter mit Kindern ganz wichtig, auch von zu Hause arbeiten zu können. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Es konzentriert sich leider oft die Debatte auf die Arbeitszeiten sicherlich wichtig, aber in Kombination mit Telearbeit hat das noch mal einen ganz anderen Stellenwert von Vereinbarkeit. Wichtig für Unternehmen ist sicherlich, dass sie mit dem Kind planen, dass sie Personalentwicklung mit der betreffenden Frau machen, die tatsächlich das Leben, den Lebensverlauf weiterdenkt und dieser Frau Möglichkeiten aufzeigt und zunehmend auch Männern, Vätern, wie sie mit Kindern im Unternehmen wachsen können, wie sie mit Kindern in Führungspositionen hineinkommen können. Auch da eine Langfriststrategie, ein Plädoyer für eine Langfriststrategie und nicht für die nur kurzfristige Brille. Effizienzlohne sind ein Stichwort hier, das passt, was normalerweise auch im Zusammenhang mit Männern diskutiert wird. Das heißt ganz einfach, ich zahle die Produktivität, die ich eigentlich haben will. Und wir gehen davon aus, dass wir Männer motivieren können, mit mehr Gehalt sich dann so anzustrengen, dass sie das Geld dann tatsächlich auch wieder rein verdienen. Also wir geben ihnen sozusagen Vorschusslorbeeren, wir zahlen ihnen hohe Löhne, um sie so produktiv zu machen, dass sie es anschließend auch verdienen, dieses Geld. Für Frauen hat sich das bisher noch nicht so, ist das nicht so das Instrument, mit dem man qualifizierte Fachkräfte gewinnt. Das muss sich aus meiner Sicht ändern. Wir müssen im Zusammenhang mit Fachkräftemangel, der sich auch noch auf Branchen konzentriert, die Zukunftsfelder sind, wie Gesundheits- und Sozialberufe. Wir müssen mehr dahin kommen, dass wir diese Denke haben, wie können wir denn die gut qualifizierten Frauen gewinnen? Wie können wir sie an unser Unternehmen binden und wie können wir sie anschließend behalten? In dem Zusammenhang sind Effizienzlöhne ein wichtiges Instrument. Der Staat, was kann der tun? Da ist sicherlich jetzt einiges angeklungen. Wir brauchen insgesamt die Zugangschancen von Frauen wie von Männern zu diesen lohnrelevanten Merkmalen. Wenn wir also wissen, es geht um Führung, es geht um Weiterbildung, dann muss das Frauen genauso ermöglicht werden wie Männern. Und zwar unabhängig vom Familienzusammenhang. Wir haben auch eine Studie zur Änderkehr gemacht, kürzlich, in der wir sehr schön zeigen, dass Frauen, wenn sie denn dann einen Pflegefall haben, sich wiederum zuerst zurückziehen. Männer tun das nicht in dem Maße. Und dass sie sich insbesondere dann zurückziehen, wenn sie vorher schon ein Kind großgezogen haben, weil dann sind ihre Verdienstmöglichkeiten ja sowieso schon beschränkt. Das ist also ein Teufelskreis, der sich da ergibt. Das heißt, es ist wichtig, dass wir über den Lebenslauf hinweg gedacht dahin kommen, zu sagen, Einkommensverdienstmöglichkeiten müssen für beide Geschlechter gleichermaßen vorhanden sein. Ganz egal, welches Event, welches Lebensereignis sich ansonsten gerade so abspielt. Und dann sicherlich ist ein wichtiger Punkt, auch hier wieder Ehegattensplitting beispielsweise zu nennen. Es gibt eben auch eine Menge Fehlanreize zur Erwerbsintegration, die Frauen in der Rolle der Zuverdienerin auch bestärken und es individuell unattraktiv erscheinen lassen, mehr zu verdienen. Ich hoffe, ich habe klargemacht, dass ich der Meinung bin, dass Frauen sich darüber hinwegsetzen müssen, weil es ihnen einfach kurzfristig möglicherweise hilft, aber sie langfristig einfach, ihnen langfristig einen großen Schaden zufügt. Der Partner hat eine ganz wichtige Verantwortung. Da ist das Stichwort familienaktive Väter. Aber, und ganz zum Schluss möchte ich auch darauf noch mal hinweisen, wir dürfen nicht nur die Hand aufhalten in Richtung Politik und in Richtung Unternehmen und in Richtung Partner und sagen, gebt uns, ihr macht falsch, dieses, 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 ihr müsst ändern, dieses, 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 sondern es ist ganz wichtig, dass Frauen sich auch selber hinstellen mit Zivilcourage und für ihre Interessen eintreten. Und das doppelt im Prinzip im Unternehmen und zu Hause. Und das ist auch keine Sache, die einmal erledigt ist, sondern das ist letztlich eine sich täglich wiederholende Übung, dass Frauen darauf Wert legen müssen und darauf insistieren müssen, dass sie diese Möglichkeiten der Arbeitsmarktintegration bekommen und dass sie die Verdienstmöglichkeiten bekommen und das verdienen, was sie tatsächlich auch wert sind. Das nimmt uns niemand ab. Von daher zum Schluss noch mal das Plädoyer, dass Frauen auch zuallererst auf sich selbst gucken müssen und sich fragen müssen, ob sie sich tatsächlich für ihre eigenen Interessen auch genügend einsetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.